Kann ich als Rentner die 300 Euro Energiegeld und zusätzlich den Hartz IV Zuschuss 200 Euro erhalten oder behalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin seit Jahren Rentner und beziehe Grundsicherung. Ich habe im Juli 2022 die 200 Euro Zuschuss auf die Grundsicherung anrechnungsfrei erhalten vom Grundsicherungsamt. Da ich Rentner bin, soll ich auch zum 1.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale durch die Rentenversicherung ausgezahlt bekommen. Wird die 300 Euro auf die Grundsicherung angerechnet und möglicherweise mir der 200 Euro Zuschlag wieder weggenommen? Also grundsätzlich ist es so, die 300 Euro Energiepreispauschale werden nicht an die Grundsicherung und auch nicht an die Witwenrente oder andere einkommensabhängige Sozialleistungen angerechnet. Das, einen solchen Anrechnungsausschluss sieht der § 122 Einkommenssteuergesetz vor. Dieser Paragraf ist wegen der Energiepreispauschale extra neu in das Gesetz reingekommen. Die 200 Euro Zuschuss, die Sie als Grundsicherungsempfänger erhalten haben, das gilt im Übrigen auch für die Hartz-IV-Empfänger, ist eine einmalige Transferleistung. Und diese Leistung und die 300 Euro Energiepreispauschale schließen sich gegenseitig grundsätzlich nicht aus. Jede Leistung kann jeweils einmal gezahlt werden. Insoweit sind nur die Anspruchsvoraussetzungen bei Ihnen nach dem SGB XII für die Grundsicherung und für die Zuschussleistung der Energiepreispauschale nach dem § 112 fortfolgende Einkommenssteuergesetz bei Ihnen genau zu prüfen. Wenn diese Voraussetzungen jeweils nach den jeweiligen Gesetzen, die ich genannt habe, vorliegen, sind diese zu zahlen. Das heißt also, liegen die Anspruchsvoraussetzungen für die Energiepreispauschale bei Ihnen vor, muss die zum 1.12. gezahlt werden, liegt der Transferzuschuss 200 Euro bei Ihnen vor, also die Anspruchsvoraussetzung muss es gezahlt werden. Das heißt also, eine rückwärtige Aufhebung dieses Transferkostenzuschusses von 200 Euro, den Sie im Juli 2022 erhalten haben, wird es nach dem Gesetz und nach den Vorstellungen der Gesetzgeber der Ampelkoalition nicht geben. Damit ist klar, 300 Euro Energiepreispauschale wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet, 300 Euro Energiepreispauschale wird auch nicht auf diesen Zuschuss, den die Grundsicherungsempfänger oder Hartz-IV-Empfänger bekommen haben, angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel